Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmer Kapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video. Diesmal Pegelstand und das ist gleichzeitig auch eine neue Bezeichnung für unsere Videos, die wir einmal im Monat machen wollen. Wo wir so ein bisschen zurückschauen auf den abgelaufenen Monat und wo wir vorausschauen auf den neuen Monat. Wir werden natürlich auch von unserem Treueprogramm, die Gewinner verlosen, also bekannt geben. Und wir wollen euch einfach so ein bisschen erzählen, was für uns im Monat November ganz besonders war und was wir im nächsten Monat so ein bisschen mit euch vorhaben. Wir werden natürlich nicht so viele Details verraten, es ist natürlich auch am Ende ein bisschen Spannung dabei. Was man gar nicht am Anfang erwähnen muss und was ich sehr, sehr gerne tue, wir haben im Monat November die 2000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Dafür hatten wir unseren tollen Stream und auch ein Gewinnspiel über unseren YouTube-Kanal gestartet, wo ihr mitmachen konntet. Und das habt ihr ganz reichlich getan. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, inzwischen sind wir schon deutlich weiter. Wir sind jetzt schon bei über 2200 Abonnenten, genau gesagt jetzt gerade 2284 mit dem heutigen Tag in dieser Minute, wo ihr dieses Video oder wo ich dieses Video aufnehme, besser gesagt. Als nächstes hatten wir das Siekrauts-Ramadama-Event, was ich hervorheben möchte. Das Siekrauts-Ramadama-Event war ein Event des Clans, des gesamten Kanals des Clans für euch da draußen. Ihr habt daran teilgenommen. Ich möchte ganz ehrlich sein, für mich war etwas Besonderes, das war der erste Schritt. Aber meine Hoffnungen waren einen Ticken größer über die Beteiligung an diesem Event. Wir hatten es ein bisschen nicht so optimal geplant wahrscheinlich. Dadurch, dass die Nationalmannschaft war, war ein Clan Wars. Das war zu dem Zeitpunkt für uns nicht bekannt, als wir diese Sache im August damals angefangen haben zu planen. Darum ist es nicht ganz so optimal gelaufen. Ich denke, das hat der Einfluss. Das nächste Mal machen wir es besser, das nehmen wir daraus mit. Und dann der Spenden-Stream am 30.11. war ein echtes Highlight bei uns auf dem Kanal. Ich war ganz froh, als wir dann gehört haben, dass da neben dem Stream sozusagen noch eine ganz große Spende eingegangen ist. Der Stand heute, ich hatte heute nochmal in der Gruppe ein bisschen geschrieben. Heute ist der 1. Dezember hier. Es waren über 12.000 Euro. Und wir alleine während unseres Livestreams gestern haben 500 Euro dazu beigesteuert. Und es sind ja sehr, sehr viele Streamer dabei bei diesem Event. Und ich wünsche dem Programm alles Gute. Und ich möchte mich auch da in der Beziehung nochmal bei euch bedanken, dass ihr so reichhaltig mitgemacht habt. Dann gibt es natürlich auch Neuigkeiten vom Clan. Ich bin besonders stolz und froh und dankbar unseren Clan-Mitgliedern natürlich, dass wir dieses Mal wieder in die Goldliga geschafft haben. Wir sind in der drittbesten Liga sozusagen im Spiel wieder aufgestiegen. Der Jens hat die Truppe wieder zusammen eingeschworen. Am Anfang war es ein bisschen hakelig. Und jetzt zum Ende haben wir nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Es macht mich sehr, sehr froh, dass das Team so gut zusammenarbeitet und so gut zueinander gefunden hat, dass wir das jetzt wieder erreichen konnten und bestätigen konnten, nachdem wir das letzte Mal, das erste Mal in die Goldliga aufgestiegen waren. Vielen, vielen Dank dafür an unsere Mitglieder, die jetzt vielleicht auch mal hier vorbeischauen. Der nächste Punkt, den ich euch zeigen möchte, ist, dass wir neue Soundfiles integriert haben. Das machen wir immer mal wieder. Es gibt immer so Vorschläge hier bei uns auch auf dem Discord-Kanal. Da könnt ihr hier bei dem Bereich Community-Vorschläge so Sachen einbringen. Ja, hier meins, meins, meins zum Beispiel ist eine der neuen Dateien, die in den Livestream gebracht haben oder geschafft haben. Das könnt ihr also mit dem SFX-Befehlen dann abrufen. Und ja, es ist einfach eine ganz tolle Sache, dass sich das so auch weiterentwickelt hat. Darüber hinaus haben wir in unserem Discord ein paar Sachen verändert. Wir haben hier so ein bisschen aufgeräumt. Hier oben waren vorher vier, fünf Kanäle. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Support-Kanal, wo wir sämtliche Informationen zusammengeschrieben haben, wie ihr uns unterstützen könnt. Und auch natürlich zu diesem Programm, was wir jetzt hier die ganze Zeit Crowdfunding nennen, wo ihr Seacross-Euronen sammeln könnt und die dann durch uns im Store eingelöst bekommt, wenn ihr sobald ihr 15 Euro eben zusammen habt. Das ist alles, wie ihr uns unterstützen könnt und wie wir euch Danke sagen. Das ist so ein bisschen ein Kombinations-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann gibt es seit gestern, dem 30.11. auch ein WWS-Grundlagen-Kanal hier bei uns auf dem Discord. WWS-Grundlagen-Info. Da sind die gängigsten Abkürzungen im Spiel erklärt. Was ist Sigma? Was hat Streuung? Wie funktioniert das? Was ist hohe Streuung mit niedrigem Sigma? Hohe Streuung mit hohem Sigma? Wie wirkt sich das alles aus? Potenzieller Schaden. Wie wird das gerechnet? Wie funktioniert AP? Wie funktioniert HE? Was ist SAP? Wie funktioniert AP? Und die Panzerungsmodelle in dem Spiel, in den verschiedenen Räumen, wie entstehen Abpraller? All so in den ganzen Geschichten sind hier erklärt. Auch die Granatennormalisierung, die wir ja immer wieder auch als Beispiel haben. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord seid und jetzt dieses Video das erste Mal schaut, guckt einfach unten in die Beschreibung des Videos. Da gibt es einen Einladungslink in unserem Discord. Da findet ihr dann halt ganz einfach den Weg zu uns. Ja, das sind so die Änderungen, die wir im Discord und auch neben dem YouTube-Kanal noch durchgeführt haben. Der YouTube-Kanal hatte im Monat November über 29.000 Aufrufe. Ganz genau 29.095. Wir hatten eine Wiedergabezeitsteigerung. Also das waren 2% weniger als im Oktober. Aber die Wiedergabezeitsteigerung von 5%. Das heißt, wir haben mit weniger Klicks mehr Wiedergabezeit erreicht. 4.852 Stunden, also 0,7 Stunden sogar. Das waren 262 Abonnenten. Das sind ein Ticken weniger als wir im Oktober dazugewonnen haben. Unser erfolgreichstes Format in unserem Kanal sind Ausblick-Videos. Und zwar zum Beispiel Weihnachten und Neujahr mit über 3.300 Aufrufen. Oder die SAP-Mechanik, die Änderungen, die es da gab. Oder Buff und Nerf für deutsche Battleships. Auch das war ein sehr, sehr erfolgreiches Video. Günthers Talente war sehr, sehr cool. Also man merkt ganz eindeutig, was für euch wichtig ist bei unserem Kanal. Nämlich die Information, das Infotainment sozusagen, Information kombiniert mit Bildern vernünftig erklärt. Das ist so eigentlich das, was euer Target am meisten ist. Und was halt als Offline-Video sozusagen, also Online-Video, aber halt klickbarer Content von uns zur Verfügung gestellt wird. Auch unsere Livestreams werden immer beliebter. Wir hatten im Monat November dann das erste Mal, und das bewegt auch gleich zweimal hintereinander, durchschnittlich über 100 Zuschauer auf unserer Livestreams-Plattform übergreifend. YouTube, Twitch, Facebook und Mixer bedienen wir ja parallel mit dem gleichen Signal. Ich sage jetzt Danke und ich möchte mich ganz besonders doll bedanken. Und zwar bei denjenigen, die in unseren Livestreams ganz aktiv sind. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken in unserem Currency-System. Da haben wir jetzt nämlich die Gewinner des Monats November. Ich gratuliere Loradark99 zu Platz 1 mit 401 Punkt, belegt er hier den ersten Platz und bekommt dann 3 Euro im Monat November gutgeschrieben und steht dann nach Adam Riese bei 8 Euro. Dann hat Neophyte65, der Kojenwärmer, auch einer der neuen Begriffe, die wir im Discord vor einiger Zeit eingesetzt haben, mit 325 Punkten belegt er Platz 2 und wird dann hier 23 Euro Gesamtvolumen sozusagen haben. Und auf Platz 3 Blue Andy. Ich glaube, er ist das allererste Mal dabei und ist damit der drittaktivste Zuschauer bei uns auf unserem Kanal. Und anschließend gibt es dann Big Ben, Giants, Liqui of Bob, Dahogi, JP und so weiter und so weiter. Also da sind noch viele weitere dabei. Ich sage einfach vielen, 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 vielen Dank, dass ihr die Zeit mit uns verbringen wollt, dass euch unser Programm gefällt, was wir hier für euch parat halten. Und ja, ich freue mich schon auf den Monat November. Da ist ja dann der Weihnachtsstream oder da wird es dann die Weihnachtsstreams geben, immer wieder am Samstag, Adventstreams. Und auch da werden wir natürlich das ein oder andere Besondere mit euch vorhaben. Wir haben da was in Pipeline. Ich möchte dazu im Moment noch nicht so viel sagen. Es wird natürlich immer wieder Codes geben. Allein das ist ja immer schon, was es besonders macht, dass wir jetzt halt auch Codes und CC-Container und so eine ganze Sache verlosen können. Da könnt ihr euch also auf jeden Fall drauf freuen. Und naja, es werden ja wahrscheinlich auch wieder Weihnachtscontainer kommen und dann werden wir mal schauen, was wir damit so anstellen. Ihr könnt gespannt sein. Wir haben immer ein paar interessante Sachen für euch. Ich hoffe, dass euch das Video jetzt so gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Und die Glocke drückt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn es euch nicht gefallen haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare konstruktiv, was euch bei dem Video vielleicht noch fehlt. Und ja, dann sehen wir uns und hören uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Danke für eure Zeit. Euer C-Cross Team. Euer Andi. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.